Hallo, ich bin der Falk vom Steyrack-Rennen, macht dort das Marketing und das ist unser Zertücksengel, die Sarah. Wir zeigen Ihnen jetzt endlich die Gewinne vom Gewinnspiel. Womit fangen wir an? Erster oder zweiter Platz? Mit dem zweiten. Da machen wir einen zweiten Platz. Wir verlosen ein Wochenende in der Therme Bad Waltersdorf. Los geht's Sarah. Und wir haben gewonnen? Der Herr Martin Druckentaner. Alles Gute und viel Spaß beim Wohnen. Genau. Und dann haben wir noch einen ersten Preis. Jetzt geht's los. Richtig cool. Einmal New York für zwei Personen. Und Retour, oder? Genau. In eine Grennmotor-Pole in Übersee. In Übersee. Du wirst wieder ziehen. Auch die, die es ganz rund nehmen. Bitte, Chef. Dann haben wir da. Alexandra Ritschi. Bei Glück und bei Spaß.